Monatelang wurde in der Ampelkoalition über das sogenannte Heizungsgesetz gestritten und gerungen. Dann gab es ja zahlreiche Kompromisse und Änderungen, denn das Gesetz sollte noch auf jeden Fall vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden. Doch das dürfte jetzt nicht mehr klappen. Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann stattgegeben und angeordnet, die zweite und dritte Lesung nicht wie geplant innerhalb der laufenden Sitzungswoche durchzuführen. Er hatte argumentiert, seine Rechte als Abgeordneter seien durch das aus seiner Sicht übereilte Gesetzgebungsverfahren erheblich verletzt worden. Heilmann zeigte sich am Morgen dann erleichtert und begründete, warum er seinen Eilantrag gestellt hatte. Eine Verfassungsbeschwerde zu diesem Gesetz kommt so sicher wie das Arme in der Kirche. Und deswegen kann man die Ampel nur auffordern, jetzt das Verfahren so zu machen, dass das Gesetz keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt. Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan. Weil, stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen, dann hätten die das ja jetzt verabschiedet und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu schreiben. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken. Und das heißt, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt. Und dieser Erfolg hätte dann dazu geführt, dass das Gesetz irgendwann in einigen Monaten oder gar Jahren aufgehoben worden wäre. Und das wäre für den Klimaschutz aus meiner Sicht die allerschlechteste Lösung gewesen, weil die Unsicherheit ja erst recht groß geworden wäre. Das klingt ein bisschen paradox, aber ich hoffe, ich habe den Punkt klargemacht. Deswegen ist das Mindeste, dass der Ausschuss sich jetzt noch mal gründlich mit den Bedenken und Einzelfragen der Expertenanhörung kümmert. Ja, und wir können über das nochmal sprechen, was da in Karlsruhe passiert ist und was das auch für das politische Berlin bedeutet. Fangen wir an in Karlsruhe mit Kolja Schwarz. Kolja, wie hat das Gericht die Entscheidung gestern begründet? Ja, der Abgeordnete Thomas Heilbach hat ja erklärt, dass seine Rechte als Abgeordneter hier verletzt seien, weil er nicht genügend Zeit hatte, sich mit diesem Gesetz auseinanderzusetzen, sich ausführlich zu informieren. Und das hatte das Bundesverfassungsgericht hier zu prüfen in der Eilentscheidung und hat das nicht abschließend festgestellt. Also das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, ja, die Rechte als Abgeordneter sind hier verletzt von dem CDU-Abgeordneten. Sie haben aber gesagt, es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass die verletzt sind. Das prüfen wir dann im Hauptsacheverfahren ausführlich. Und weil es eben nicht ausgeschlossen ist, musste das Gericht jetzt in eine Abwägung eintreten in der Eilentscheidung und hat da gesagt, ja, wir greifen jetzt durch diese Entscheidung, die wir hier fällen, massiv in die Rechte des Parlaments ein. Wir stoppen da ein Gesetzgebungsverfahren. Das ist sehr außergewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht das macht. Aber das Gericht hat gesagt, der Schaden, der ist nicht so groß, weil das Gesetz trotzdem noch beschlossen werden kann. Und hat deswegen gesagt, selbst wenn wir später feststellen, dass die Rechte des Abgeordneten hier nicht verletzt waren, dann wäre der Schaden nicht so groß und deshalb hat es diese Entscheidung so getroffen. Das Ganze war ja, Sie haben es gesagt, eine Eilentscheidung. Inwiefern wird sich das Gericht auch nochmal äußern und in welchem Zeitraum? Das Gericht wird dann irgendwann über die Hauptsache entscheiden. Das ist so, denn das war jetzt nur die Eilsache. Aber das muss man vielleicht nochmal vorher sagen, was das jetzt für das Gesetz vor allem bedeutet. Also das Gericht hat nicht gesagt, das Gesetz darf so nicht kommen. Das Gericht hat sich inhaltlich mit dem Gesetz gar nicht auseinandergesetzt, sondern es ging hier tatsächlich nur um die Rechte der Abgeordneten. Und da hat das Gericht jetzt gesagt, die zweite und dritte Lesung, die darf nicht in dieser Woche sein. Also die Abstimmung über dieses Gesetz darf nicht in dieser Woche sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Gesetz gar nicht kommen darf, sondern der Bundestag kann dann trotzdem zum Beispiel in einer Sondersitzung in der sitzungsfreien Zeit, in der Sommerpause das Gesetz trotzdem noch beschließen oder erst im September. Und auch das hat das Gericht gesagt. Das Gesetz soll ja erst zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Da ist also noch genug Zeit, das trotzdem zu beschließen. Also das ist alles möglich. Das muss man wissen. Inhaltlich hat das Gericht dazu nichts gesagt. Und jetzt zu der Frage mit der Hauptsacheentscheidung. Ja, das Gericht wird dann irgendwann noch darüber entscheiden, ob hier die Rechte des Abgeordneten tatsächlich verletzt waren, verletzt worden wären durch dieses schnelle Gesetzgebungsverfahren. Das hat dann aber eher so eine klarstellende Wirkung und hilft vielleicht ein bisschen bei künftigen Gesetzgebungsverfahren. Wie schnell darf man die machen? Wie viel Zeit muss man den Abgeordneten geben, dass die sich ausreichend informieren können für das Gesetz? Inhaltlich hat das erstmal überhaupt keine Bedeutung. Auch in der Hauptsache wird das Bundesverfassungsgericht sich hier nicht mit den Inhalten des Gesetzes auseinandersetzen. Kolja Schwarz, vielen Dank nach Karlsruhe. Und es geht direkt weiter nach Berlin zu meinem Kollegen Christoph Messmacher. Ja, das Gesetz kann, wir haben es gerade gehört, theoretisch noch kommen. Aber trotzdem gibt es natürlich jetzt Unmut in Berlin. Herr Heilmann von der CDU, der hat sich gefreut heute, oder? Ja, Thomas Heilmann von der CDU hat ja vor der Bundespressekonferenz sich geäußert. Und ich gestehe mal frank und frei, das war für mich eine bemerkenswerte Bundespressekonferenz. Thomas Heilmann ist nicht in Triumphgeheul ausgebrochen. Eine extrem sachliche, nüchterne Darstellung. Kleine Spitze gab es. Das hat sich Wohltun von den sonstigen rhetorischen Donnerschlägen hier in Berlin abgehoben. Und Thomas Heilmann hat einen Gedanken in den Mittelpunkt gestellt. Da haben wir ja schon den O-Ton gehört. Er hat ja bei dem Gesetzgebungsverfahren einen sogenannten formellen Erfolg erzielt. Das betrifft die äußere Form, damit gemeint die Beratungsfristen, die zu kurz sind. Wo zumindest das Verfassungsgericht die Sorge hatte, dass der Abgeordnete, sprich die Abgeordneten, Schaden nehmen können. Aber es gab auch einen sozusagen Hinweis, so hat es Thomas Heilmann, der er selber Jurist ist, gesagt, dass ein formaler Schaden, also ein Substanzschaden im Gesetz droht. Wenn es nämlich den Einspruch in der letztlichen Entscheidung bestätigt, dann wäre auch das komplette Gesetz hinfällig. Und das wäre natürlich ein Desaster für die Ampel. Deshalb hat Thomas Heilmann gesagt, die müssten sich eigentlich bei mir bedanken. Sollte das eintreten, dann gilt eigentlich eine Liedzeile von Jan Delay, alles im Eimer wie im Blumenladen. Das wäre schon eine heftige Katastrophe. Ja, aber wie sind die Fallen denn die Reaktionen innerhalb der Ampel aus? Man muss ja sagen, da wurde lange gestritten und gerungen. Dann hat man sich geeinigt, jetzt wird es erstmal gestoppt, zumindest die Beratung im Bundestag. Wie reagiert die Ampel? Naja, es gibt das Übliche bei der Ampel, bei diesem Thema. Die FDP sagt schon wieder, wir werden eine ganz andere Gesetzgebung versuchen durchzukriegen. So habe ich jedenfalls Frank Schäffler heute Morgen im Deutschlandfunk verstanden. Und zur Zeit müssen die Geschäftsführer und die Fraktionsvorsitzenden sicher zusammensetzen und gucken, wie sie damit umgehen. Gibt es eine Sondersitzung in der Sommerpause? Reicht es nach der Sommerpause im September die letzte Lesung dann zu machen? Muss es noch eine neue Expertenanhörung geben? Reichen schriftliche Einsprüche? Und da passiert das, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon erlebt haben. Es wird deutlich rhetorisch über den Zappen gehauen. Die FDP freut sich, dass sie einen Unsinn verhindert hat. Insofern müssen wir mal gucken, wie die Beratungen heute ausgehen und was da rauskommt. Aber wer sich ein bisschen darüber gefreut hat, dass jetzt mal nicht mehr mit diesen scharfen Waffen wortlich gestritten wird, der wird sich in der Sommerpause daran erinnern. Es wird fröhlich weitergehen mit diesem Gezank und dieses Gesetz in Berlin. Können Sie noch mal einschätzen, warum wollte die Regierung dieses Gesetz eigentlich überhaupt so schnell in den Bundestag einbringen? Gelten soll es, wir haben es ja gehört, ja erst im kommenden Jahr? Naja, es sind natürlich viele Umsetzungsverfahren zu berücksichtigen. Es braucht Planungssicherheit für die Bürger, die ja eh schon huschig sind. Was soll denn jetzt gelten? Das geht bis hin zu den Wärmepumpenherstellern, die sich ja schon geäußert haben. Und ob des Theaters hier auf der Ampelebene festgestellt haben, dass die Auftragseinbrüche da sind. Also es gibt keine Planungssicherheit bei denen, die die Energiewende, das Gebäudeenergiegesetz umsetzen sollen. Handwerker, Heizungsbauer und die Bürger dürfen nach wie vor sich in einer gewissen Verunsicherung wehnen. Das alles führt nicht zu Gutem bisher. Wie geht es denn jetzt weiter in Berlin? Ja, das müssen sie jetzt aushacken. Also die Fraktionsvorsitzenden sitzen zusammen. Sie müssen gucken, wann die Lesung kommt und wie sie vor allen Dingen damit umgehen, dass sie mehr Zeit für die Beratung einräumen müssen. Reicht eine schriftliche Antwort der Sachverständigen, die ja angehört worden sind und ja ursprünglich mal über so zwei Seiten Leitplanken diskutiert haben? Oder braucht man einen größeren Zeitrahmen, um dann verfassungsfest in der formellen Form zu sein, also der äußeren Form? All das wird sich heute im Laufe des Tages klären. Derzeit, wie gesagt, sitzen die Fraktionsvorsitzenden zusammen und versuchen eine Lösung zu finden unter den gegebenen tektonischen Spannungen, die in dieser Ampel nun mal herrschen. Das Heizungsgesetz ist erst mal gestoppt. Vielen Dank an meine Kollegen nach Karlsruhe und nach Berlin.